Ich bekomme super oft die Frage gestellt, wie lange spielst du eigentlich schon Rocket League, welches Level hast du und wie viele Spiele hast du gespielt? Ja, hier ist die Antwort. Seit 2015 spiele ich Rocket League und mittlerweile habe ich knapp 17.000 Spiele gespielt. Und eine Winrate von 61%, yay! Meine XP ist bei 2450 und ich habe endlich die 10.000 Siege geknackt. Oh, aber anscheinend Demo ich doch gar nicht so häufig. Ich habe erst 6x7 Spiele in einer Runde gedemot. Die Zahl da drüber ist gar nicht relevant. Und erst einmal habe ich nach einem Tor mit meinem C-Mate in der Luft abgeklatscht. Aber jetzt bist du dran, schreib mir gerne mal deine Stats in die Kommentare.